Hooligan, Salafist, schwer zu sagen, wer Bekloppte ist. Aus dem Hart, innen hohl, nur im Rudel, da fühlst du dich wohl. Ein bisschen Hass muss sein, dann wird dein Schwanz nicht ganz so klein. Und wenn kein Salafist greifbar ist, nimmst du nen Vorrezist und du, du Salafist, weil du ein armes Würstchen bist, du hast keinen Job und fühlst dich allein. Ein bisschen Hass muss sein, oder ich schlachte ihre Köpfe ab. Die Bundesgruppe wegen Deutschland ist ein Krebsgebiet. Frauenbild, Antiquiert, anderer Glaube wird nicht toleriert. Findest den Rechtsstaat richtig mies, macht sie hart, dann bist du im Paradies. Ja, ja, du Fogel. Ein bisschen Hass muss sein, wenn's der Kopf fliegt, dann wird dein Schwanz nicht ganz so klein. Und wenn ihr Honks euch so gerne hasst, dann trefft euch doch im Knast. Kannst du das T-Shirt erklären? Was ist denn die Ausschnitts-Universität? Ah, gute Frage. Was hat mein Mann gemacht? Ich hab keine Ahnung. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR.